Das ist die Hälfte. Das ist dann heuer in der Früh direkt vor der Nacht, wenn wir mit dem Kaffee trinken waren, was am Hof hat sich geüßt. Und da haben wir den Kaffee in der Straße. Da haben wir den Kaffee in der Straße. Dann sehe ich immer so toll. So wäre jetzt toll. Ich danke an der Straße. Okay.